Wie kann das Video 2000 Views haben? So, wir gehen jetzt mal gucken. Das mache ich jetzt wirklich. Ich reagiere mal auf meine allererste Review, die ich gemacht habe, Chad. Das würde mich jetzt wirklich mal interessieren. Welche haben wir denn zuerst gemacht? So, scrollen wir mal in die Vergangenheit, meine Damen und Herren. Warum machen wir eigentlich so unendlich viele Videos? War es wirklich das Another Way-Ding? Kochen mit Mutti, das hat 2500 Aufrufe gehabt, was ich alles für einen Scheiß gemacht habe. Also nicht Scheiß im Sinne von Scheiß. War das wirklich das Another Way-Set? Das war wirklich mein erster Review. Oh Gott. Das Geile ist ja, dadurch, dass ich jetzt auf meinen eigenen Stuff reagieren kann, kann ich ja volles Pfund reinhalten. Ich bin wirklich so gespannt, was wir vor einem Jahr gemacht haben. Ich bin wirklich gespannt, wie das ausgesehen hat vor einem Jahr. Das hat schon 2000 Aufrufe gehabt damals. Holy shit. Das ist echt eine Menge für die Zeit. Das steht hier vor am 26.01.2023. Das habe ich sogar noch selber geschn... Das habe ich sogar selber noch geschnitten. Und das war auch das Erste, was ich von Dan zu bekommen habe zum Reviewen. Ne, so kann man im Review auf jeden Fall anfangen mit dem Gesicht. Das war sogar noch das alte Zimmer. Okay, geht los. Moinsinn. Okay, ganz schön leise. Der Bums. Da gibt es mal wieder ein anderes Video. Und ich habe da mal was vorbereitet, über das wir jetzt mal schön reden werden. Oh, das ist ein bisschen schwerer. Hä? Was sagst du denn? Das findest du raus nach dem Intro. Zum Glück habe ich mir das abgewöhnt. Oh, zum Glück habe ich mir den Quatsch abgewöhnt. Oh, Junge. Was für ein... Wohin denn? Oh, das Intro haben wir auch nicht mehr. Nun, ich habe ja einen neuen Partner, den Simway Shop. Und das ein oder andere Mal... Ich finde es übrigens... Ja, das ein oder andere Mal. Ich finde es übrigens fantastisch, dass du auf den Display guckst und nicht in die Linse. Wir gucken nicht in die Linse, sondern wir gucken auf den Display. Kommt da mal ein Stück Hardware rüber geflogen, was ich mal testen kann. Und unter anderem gab es diese wundervollen, schönen Geräte von Another Way. Und zwar ist das deren Handbremse und deren Shifter im Set. Plus bei mir jetzt noch dazu unten drunter die Mounting Plate. Wenn ich mittlerweile... Wie ist denn so der Stahlpreis aktuell? Ich habe wirklich viele Plates aus Stahl. Schöne Grüße gehen da raus an diese Firma. Denn, was ich persönlich sehr, sehr schön finde, ist, dass dort alles dabei ist. Du bekommst also die Schrauben dazu zum Befestigen, als auch die Muttern und die Unterlegscheiben. Das ist übrigens wichtig, das zu sagen, weil es gibt nämlich wirklich Firmen, wo das nicht so ist. Also man könnte sich jetzt darüber lustig machen über diese Information, aber es gibt wirklich Firmen, die schicken auch nichts mit. Das ist nicht immer der Fall. Ich habe auch schon Gerede gehabt, wo diese Sachen nicht dabei waren. Schön, dass du dich in einem Jahr nicht verändert hast. Aber hier war alles inkludiert und das war schon mal für mich persönlich beim Auspacken sehr, sehr positiv. Des Weiteren ist das hier, wenn wir das mal wirklich so anfassen, das ist wirklich heavy. Also da steckt, ich will nicht sagen, sehr viel Liebe drin, aber man merkt, dass da jemand dran war oder jemand ran möchte, der richtig racken will. Also ich finde auch die wackelnde Kamera fantastisch. Bin ich also ganz großer Fan von. Schöne Grüße gehen raus an Alex, der schon wieder maximal tilt ist. Du hast schon ordentlich Zucht drauf. Bei mir ist das jetzt natürlich schon für das Rig eingestellt. Und so von der Bild-Quality, wenn wir es anfassen, ist es wirklich alles Metall, kein Plastik und fühlt sich schon sehr, sehr wertig an. Eine Kleinigkeit ist mir aufgefallen beim Auspacken. Das Schöne ist, ich war vorher duschen, das sehe ich jetzt schon, weil sich hier drunter Schwitzwasser sammelt. Das heißt, ich habe das kurz nach dem Stream aufgenommen. Ich muss das kurz nach dem Stream aufgenommen haben, weil da Schwitzwasser sich sammelt. Mache ich übrigens auch nicht mehr. Und zwar sind die Kanten, finde ich, sehr scharfkantig. Also das zieht sich so durch das ganze Gerät durch oder durch beide Geräte durch. Auch meine Katze empfindet das als sehr, sehr scharfkantig und wollte das jetzt nochmal bestätigen mit seinem Auftritt. Ich würde mir wünschen, dass, falls es später nochmal eine weitere Version gibt oder in den nächsten Teilen, wäre es gut, wenn das nicht ganz so scharfkantig wäre. Das ist aber, muss ich ganz ehrlich sagen, das Einzige, was mir jetzt so aufgefallen ist, wo ich sagen würde, das ist ein bisschen winky wonky. Der Witz ist, das haben sie wirklich gemacht in der neuen Version. Also das hat sich wirklich verbessert. Aber es ist auch nicht so wild. Also über die Zeit, am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen, war es scharfkantig. Irgendwie hat das ein bisschen abgenommen. Also die Kante hier, ganz speziell beim Shifter, war am Anfang schon ein bisschen schnittfähig, möchte ich mal sagen. Schnittfähig. Papier hat sich mein Glück. Reden wir mal über den Shifter. Der Shifter hat hier an der Seite, wenn wir da mal etwas genauer hingucken, hat die Möglichkeit, die Einstellung vorzunehmen, also die Vorspannung, wie hart wir am Shifter nachher ziehen können. Das finde ich ziemlich cool und man kann das auch schon auf eine... Wenn ich mir das so ansehe, man hat vorher schon das ganze Wissen eigentlich gehabt, also wie man Videos machen sollte oder macht, aber dass man das nicht nutzt. Ein Level einstellen, also ich stelle jetzt mal auf richtig, richtig hart, wo man wirklich echt gut zu tun hat, den Shifter überhaupt erstmal auszulösen. Also ich habe jetzt mal schon ein bisschen häller gemacht und da kannst du schon mal ein bisschen racken. Also für die Menschen mit, ich nenne es mal Maurerkellen, ist das genau das Richtige, weil da könnt ihr richtig dran rumracken. Also jetzt ist es natürlich ein bisschen einfacher gehalten schon, ne. Aber super simpel, super simples System, du hast halt hier an der Seite dein Drehrad, möchte ich mal sagen, und damit kannst du das einstellen. Alter, schön nach dem Duschen einfach aufgenommen, das Ding. Ja, nee, easy, machen wir einfach, machen wir aus der Hüfte. Ah, das machen wir einfach aus der Hüfte heute Abend, aus der Kalt. Und dann hast du dein, ohne Cut, ohne alles, sequentiellen Shifter, so wie du ihn gerne hättest. Und, äh... Wisst ihr, wie ich die Videos damals synchronisiert habe? Ich habe 18 Minuten, kein Joke, ich habe 18 Minuten Video aufgenommen und ich habe 18 Minuten das Telefon in der Leben gelegt und habe beides gleichzeitig auf Start gelegt. Soll ich die Videos synchronisieren? Dann habe ich das eine Video, was ich für 30 Sekunden brauchte, habe ich einfach 18 Minuten aufgenommen. Du kannst da dran wirklich echt brachial rumracken. Also ich habe, äh... Da hättest du alles wegkatten können, so. Wir wissen, dass wir brachial dran... Du bist vier Minuten drin und wir wissen, dass wir racken können. Das werdet ihr gleich am Ende nochmal sehen, äh, das ist eingestellt für mich und du hast wirklich die Möglichkeit, hier richtig schön... zu ziehen und zu machen und du hast nicht das Gefühl, dass du... Man müsste sich eigentlich jetzt mal im Vergleich nachher dazu, müsste man sich auch noch angucken, wie die aktuelle ist. Also, weil wir haben das Neue, ist halt ja auch da, wie die aussieht, die Review. Einfach mal, um einen Vergleich zu haben. Irgendwie was kaputt machst oder dass da irgendwie Spiel drin ist, das ist richtig schön alles verbaut, zusammenge... äh... zusammengeklatscht, sag ich jetzt mal. Und das ist alles richtig schön fest. Ähm, das Einzige, was mir noch so ein bisschen aufgefallen ist... Ich hab auch leider noch nicht die Ursache gefunden oder ob dem so sein soll. Das hat hier oben ein bisschen Spiel. Also, es ist ein bisschen wackelig. Ganz leicht. Und manchmal, wenn man schaltet, ist es ein komisches Gefühl, dass hier ein bisschen Spiel drin ist. Aber man gewöhnt sich dran, weil du nachher irgendwann sowieso nicht mehr drauf achtest. Also, mir ist jetzt nicht aufgefallen, dass da irgendwas dran kaputt ist oder dass es nicht richtig zusammengebaut ist. Also, die Schrauben waren... Der Autofokus, Alter. Wie kann das Video 2000 Views haben? Alle hier an den Seiten waren sie ordentlich festgezogen. Also, ich hab auch noch mal kurz kontrolliert. Das wird wahrscheinlich was damit zu tun haben, dass du den Shifter nach vorne und hinten bewegen kannst. Sprechen wir mal über die Handbremse. Die Handbremse ist sehr ähnlich aufgebaut. Also, du hast auch die Möglichkeit, hier die Vorspannung einzustellen mit einer Kontermutter. Also, wenn du jetzt hier mal drauf schaust, siehst du, dass du das schön anziehen kannst für dich und deine Stärke. Und dann kannst du das mit der Mutter kontern und im selben Atemzug kannst du dann halt die Bremse ziehen, wenn du möchtest. Hier ist es ein bisschen schwerer, weil die war vorher schon ein bisschen fester. Ich dreh das mal schnell wieder zurück für Demonstrationszwecke. Ich hab noch kein Frühstück gegessen. Das ist eine Lüge, du warst duschen. Und das kannst du mir nicht verheimlichen, du Penner. Das kannst du vielleicht den YouTube-Leuten verheimlichen, aber nicht mir. Kids, vergesst euer Frühstück nicht. Du hast niemals vor dem Frühstück die Review aufgenommen. Ne, das ist abends. Und dann kannst du hier halt schön in die Bremse reinziehen. Du hast hier eine 200 Kilo Lothzell drin, also da kannst du auch schon richtig ranracken. Und von der Build-Quality genau dasselbe. Auch hier wieder ein bisschen die Seiten etwas scharfkantiger, nimmt aber irgendwie mit der Zeit ab. Frag mich nicht, wie das funktioniert. Also sie waren beim Auspacken weitaus schärfer. Aber auch hier hat sich das gelegt. Du hast auch bei dem Shifter, bei der Handbremse als auch beim Shifter die Möglichkeit, die Griffe umzustellen. Ohne Cutten, ohne alles, einfach raus. Du kannst sie knicken. Man sieht ja hier an der Seite sind noch Löcher. Da muss man dann den Bolzen lösen. Und dann kann man den Griff für die Handbremse, auch wie beim Auto, einfach, dass du den von unten nach oben ziehen kannst. Wenn du jetzt nicht beispielsweise so eine Fly-Off-Bremse haben willst, die halt hoch steht. Fly-Off wäre das andere logischerweise auch. Aber was ich damit meine ist, dass du das nach unten machen kannst wie in einem Auto und dann ziehst du es halt so hoch. Die Möglichkeit besteht auch. Und du kannst auch hier bei der Vorspannung das ein bisschen steiler stellen, damit es für dich noch härter wird. Da ist man auch schneller fertig ohne Cutten, das stimmt ja. Ich habe damals zwei YouTube-Videos gemacht neben dem Stream. Da war jeder Cut zu viel. Das gilt auch für den Shifter, da kann man das auch machen. Hier hinter diesen Bolzen sind noch zwei Löcher. Und dann kannst du das auch ein bisschen ankippen und individualisieren, wie du das gerne möchtest. Und das Ganze zieht sich bei another way. Oh, warte mal, da war die Uhr. Wir können gucken, ob du geflogen hast. Und das Ganze zieht sich bei... Tatsächlich, es ist 11.20 Uhr. Oh, dann warst du wirklich gerade duschen. Hast du das Form-Stream aufgenommen? Es ist 11.20 Uhr. Zu der Zeit haben wir um 12 Uhr gestreamt. Das heißt, wir waren gerade in der Garage, haben Sport gemacht, waren duschen, haben uns angezogen und die Review aufgenommen. Und werden gleich nach der Aufnahme den Stream anmachen. Was ist... Da musst du dir mal überlegen, es ist 11.20 Uhr. Um 12 Uhr geht der Stream an. Wenn ich persönlich ein bisschen mit Bedacht euch mitgeben möchte. Ja. Mach mal. Passt bitte auf, wenn ihr das Ding ans Rig baut. Das ist übrigens alles ohne Skript immer noch. Also, falls ihr irgendwie so ein, sag ich mal, Aluprofile habt, die nur einen kleinen Durchmesser haben und die vielleicht nur mit zwei Winkeln dran sind, bei den Sachen bewegt sich echt viel. Also, mein Rig ist schon wirklich mit ordentlichen Winkeln angebaut und nicht nur zwei Schrauben und bei mir merkst du richtig, wie die Auflage für die Handbremse sich bewegt. Machst du übrigens fast jedes Aluprofile. Ich hab schon überlegt, ob ich das Ganze nochmal ein bisschen verstärke und... Hast du nie gemacht übrigens. ...dort noch eine weitere Strebe reinbaue. Also unten drunter. Ich hab jetzt halt... Meins liegt an der Lenkradaufnahme an und unten auf der unteren Schiene. Und da ist schon gut saftig Bewegung drin. Weil das hier ist schon... Hier kann man schon Spaß mit haben. Also auch gewaltigen Spaß und sich da richtig austoben. Und man merkt das auch nach einer Weile in seinen Armen, dass man das gemacht hat. Aber wenn ich mir überlege, das ist neun Minuten. Ich könnte wetten, dass das andere, was wir jetzt neu gemacht haben, zu einem Accessoire, wäre jetzt schon fast zu Ende. Also ich bin ja schon ein bisschen Rally damit gefahren. Und es ist schon auffällig, wie viel das doch zieht im Arm und in der Schulter. Ja, da hast du auch noch Pommes-Ärmchen gehabt. Eine Kleinigkeit möchte ich dazu dann am Ende doch nochmal erwähnen. Und das ist der sequenzielle Shifter. Man legt seinen Arm sehr oft hier drauf. Ja. Beim Shiften. Ja. Also bei mir ist es ungefähr so auf der Höhe, dass ich so greife. Und man hat schon mal, das ein oder andere Mal, den Arm hier drauf liegen. Eventuell. Auch zu der Zeit hättest du schon überlegen können, ob du es andersrum bauen könntest. Aber wir haben ja halt auch erst noch wieder ein Jahr gewartet, bis Kylen mal einen Hinweis gegeben hat. Und wir das dann erst gemacht haben. So als Idee für euch. Du Trottel. So eine kleine Schaumstoffkappe drüber machen. Ja, oder man dreht ihn einfach um. Oder vielleicht habt ihr das Problem gar nicht. Was heißt das Problem oder dass es euch gar nicht passiert. Bei mir kam das das ein oder andere Mal vor, dass ich den Arm hier draufgelegt habe. Was aber nicht schlimm ist, weil hier oben ist alles rund. Man drückt halt nur etwas auf die Sehne drauf. Und ich sag mal so nach zwei, drei Stunden Rallye merkt man dann schon, dass es ein bisschen... Ja. Also es hat mal... Es hat schon den ein oder anderen Druck da hinterlassen. Eine Kleinigkeit möchte ich... Da war ein Cut. Da war ein Cut. Da war ein Cut. Ich will euch noch zu der Konfiguration der Geräte sagen. Die Handbremse müsst ihr kalibrieren. Müsstet ihr theoretisch nicht übrigens. Geht auch ohne. Das findet ihr aber alles in der Bedienungsanleitung. Dort ist alles wirklich sehr schön beschrieben. Das Einzige, was ein bisschen schade ist, ist, dass der Link zu dem Programm, was ihr braucht, die View heißt das, ist dort textlich aufgeschrieben. Den Link werdet ihr finden unten in der Beschreibung zu dem Programm, falls ihr euch das sucht. Und ein Tipp auch noch, wenn ihr die kalibriert, ihr könnt kein Minuszeichen bei der Kalibrierung in die Kästchen schreiben. Was ihr aber machen könnt, ist Copy-Pasten. Dort steht schon ein Wert drin und der ist oben. Den könnt ihr Copy-Pasten. Man hat übrigens alles gesehen. Also man hätte es vielleicht andersrum machen können. So als Idee. So, ich wünsche euch jetzt sehr viel Spaß beim Gameplay. Da könnt ihr die Geräte noch im Einsatz sehen. Ja. Und das geht 10 Minuten? Da habe ich ein kleines Potpourri für euch vorbereitet. Ich bin mal Finnland gefahren. Die längste Etappe 14 Kilometer und bin mal richtig durch den Wald gejagt. Und danach war ich noch auf einer kleinen Teststrecke und habe mich mal dran versucht, irgendwie Gymkhana zu machen. Naja. Seht selber, was dabei rausgekommen ist. Hier kommen ein paar Ausschnitte. Irgendwas haben wir weggeschnitten. 5, 4, 3, 2, 1, 20, voll rechts über Kuppe, 130, Gabel verdeckt, 4 links lang, innen. Einfach Gameplay übellaut, aber die Sprache übelleise. Kommt jetzt hier noch was oder hört das denn auf? Oh, es gibt noch ein Outro. Wie hat sie gefallen? Was? Ja, gar nicht. Gar nicht. Du, gar kein Problem. Da können wir auch mal offen miteinander reden. Du und ich. Das war einfach scheiße. Was sagst du? Hast du auch Bock, Rallye zu spielen? Ne, ja, schon, klar. Aber ich habe jetzt nichts erfahren. Oder bist du jetzt auch so auf dem Trip zu sagen, boah, ich will eigentlich super gerne driften, weil mich das... Schon seit einem Dreivierteljahr. ...komplett abholen. Ich zum Beispiel bin mittlerweile echt ein großer Fan davon geworden. Und es macht einfach unfassbar viel Spaß, einfach Handbremse zu jacken und virtuell durch die Gegend zu ballern, weil es kann ja im Grunde genommen nichts kaputt gehen. Ja, Kameraposition war okay, Paul, aber das ist ja auch so ein Gebiet, da kennt man sich ja aus. Und das holt mich wirklich ab. Und die beiden Geräte von Another Way machen das wirklich... Sie machen das sehr, sehr schön und auch sehr, sehr angenehm. Und für mich persönlich, mich haben die beiden Sachen einfach wirklich komplett abgeholt, bis auf die Kleinigkeiten, die erwähnt wurden. Und ich habe damit wirklich sehr, sehr viel Spaß. Vielen, vielen Dank, dass ich das ausprobieren durfte an der Stelle. Und falls ihr, wie gesagt, auch Bock darauf habt, schaut bei meinem Sponsor vorbei, findet ihr unten drunter in der Beschreibung. Man hätte ja auch mal ein Logo einblenden können oder irgendwas oder Werbung, aber wolltest du nicht, sagst du. Guckt, ob ihr euch das vielleicht auch mal gönnt oder ausprobiert. Absolute Empfehlung, gebt einen grünen Daumen, ist genau das, was ich mir mal vorstelle. Doch heute noch. Auspacken, anschließend, feuerfrei, Maja. Ist doch heute noch. Vergesst bitte den Kommentar nicht. 31 Kommentare ist aber sportlich. 31 Kommentare ist nicht wenig. Lass vielleicht noch einen Daumen da. Lass mich raten, ich habe auf nicht einen einzigen Kommentar reagiert. Doch, ich habe nur, doch, tatsächlich. Macht die Glocke an, schreibt mir eure Meinung, was ihr jetzt so von dem Gerät haltet. Vielleicht habt ihr es auch schon mal ausprobiert. Ne, das ist mein zweiter Account. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Das ist mein Undercover-Account. Pass auf, das andere ist wirklich, was haben wir denn jetzt wirklich in einem Jahr offiziell geschafft? Ey, das alte Video hatte mehr Views als das heutige. What? Moinsen, Freunde. Das ist schon ein Unterschied. Und das ist für 10 Minuten. Vergleichen wir das jetzt mal oder vergleichen wir das nicht? Ja, Sonne. Ich habe heute mal wieder was Besonderes für euch vorbereitet. Denn, wie ihr hier sehen könnt, habe ich vier große Röhe. Oh, der Sound geht mir so auf die Eier. Stäbe, die ganz schön viele Bums haben und man da sich richtig dran auslassen kann, wenn man mal einen zornigen Tag hat. Und was das damit auf sich hat, findest du jetzt raus in dem Video. Bin ich fetter geworden? Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin fetter geworden. Ich habe nur letztens eine wunderschöne E-Mail bekommen aus Polen. Nichts zu tun, aber einfach mal stabil reingeplagt den Apparat, Junge. Fantastisch, Dizzy. Du hast in einem Jahr, anderthalb Jahren was gelernt. Fantastisch. ...de, der mir dieses Set zur Verfügung gestellt hat. Und ich jetzt dadurch die Möglichkeit bekommen habe, von Another Way direkt das V2-Set zu bekommen. Was ihr übrigens auch im Simbrae-Shop kaufen könnt. .de übrigens, nicht vergessen. .de. Am besten über meinen Rev-Link, findet ihr in der Videobeschreibung. Und was es damit auf sich hat, das gucken wir uns jetzt mal an. Wie du hier schon sehen kannst, gibt es nicht mal, haben wir nicht ein Intro? Schon so ein paar Unterschiede. Nicht nur äußerlich gibt es ein paar Unterschiede, auch so vom ganzen Aufbau und von der Passform. Ist das schon ein kleines Wunder. Lass uns doch mal ganz kurz reingucken und die beiden... Alter, der Sound geht mir so auf den Sack. Und das ärgert mich so sehr, dass wir das seit einem halben Jahr mit diesem Knister-Sound machen. Das geht mir so auf den Kranz. Shifter von der Qualität her vergleichen. Was gucken wir denn? Wir gucken nicht mal in HD. What the fuck? Was ist denn hier los? Oh, das ist ja auf einmal richtig scharfes Bild, ey. Ich habe gedacht, wir sind schon in 4K. What? Gleichen und was sich denn jetzt so geändert hat. Wenn wir uns jetzt mal die beiden Shifter so im... Magal, da hat sich aber schon einiges getan, ne? Von früher am Schreibtisch zu jetzt haben wir ein schönes Studio. Seitenprofil angucken. Kann man schon sehen, dass Another Way sich sehr verkla... Ich muss auch immer noch sagen, dass ich den Tisch mit dem Pressholz einfach unfassbar geil finde. ...einert hat, was mir persönlich sehr gut gefällt. Aber das können wir jetzt auch durchsetzen. Das müssen wir nicht bis zum Ende gucken. Aber wir haben zwei Kameras, wir haben eine Detailkamera. Oh ja, das ist übrigens auch eines der schönsten Gadgets, die wir mittlerweile haben. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe selten solche Panzer gesehen, bei denen du komplett ausrasten kannst, ohne dass du irgendwas kaputt machen kannst. Wir machen nämlich mittlerweile sehr detaillierte Fotos. Das sind eigentlich keine Videos, weil das bessere B-Roll ist. Das ist echt keine schlechte Idee gewesen. Also, on another way, eine 1+, und das mache ich sehr selten, aber die Qualität dieser beiden Produkte, als auch bei der neueren Auflage, ist wirklich eine 1+. Das war eine sehr gute Idee übrigens, dass wir das machen. Es ist so stabil, es ist alles aus Metall. Hier ist kein Plastik dran, und du kannst da dran wirklich arbeiten wie ein Warni. Und das Schöne ist, ich habe das jetzt drei Jahre lang mit diesem Shifter gemacht, und hier ist nichts los. Hier wackelt nichts, hier ist alles fest wie am ersten Tag. Ja, wackelt schon noch ein bisschen, der Tisch auch, aber das liegt halt daran, dass du nur zwei Räder mit Bremsen eingebaut hast und nicht vier, du Idiot. Und ich musste nie Schrauben nachziehen, und den bin ich jetzt auch mittlerweile fast einen Monat gefahren, und hier hat sich nichts dran verändert. Es ist im Grunde genommen wirklich beim Shifter eine... Bin ich wirklich fetter geworden, sag mal? Irgendwie habe ich das Gefühl, ich sehe fett aus in dem Video. Verbesserung im Gegensatz zu V1, denn es ist platzsparender geworden, es ist einfacher von den Einstellungsmöglichkeiten... Wann war das? Vor acht Tagen? Nee, ich bin in acht Tagen nicht fett geworden. Und es ist für mich persönlich auch optisch ein bisschen schöner geworden. Wie sieht es denn jetzt bei der Handbremse aus? Aber es ist schon schön, wir haben schon ein bisschen, äh, wir haben schon ein bisschen was gemacht. Es ist ein bisschen was getan in einem Jahr, wenn man sich das so anguckt. Ob du sagst, wir machen ein Software-Segment, obwohl wir keine Software brauchen. Positiv ist für mich definitiv die Verarbeitung der Geräte. Oh! Ich habe selten... Das hast du wirklich mit reingenommen, Paul? Geil! Das habe ich nämlich extra noch mit aufgenommen. Und das kann ich hier an der Stelle nur wiederholen, ich habe selten so hochwertige Produkte in meinem Haus gehabt, die über Jahre so gut und stabil performt haben. Das stimmt. Gut, aber reicht jetzt. So gut. Also Notiz an mich selber, wir müssen ganz dringend den Sound fixen. Sehr fix. Aber hat sich schon was getan in einem Jahr, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn man sich das jetzt mal, in anderthalb Jahren, wenn man das jetzt mal vergleicht. Also ich glaube, wir waren, wir haben, glaube ich, YouTube auf Steroide gemacht jetzt. Wenn ich ehrlich bin. Na ja! Also wenn man das jetzt so mit früher vergleicht, ist schon echt eine Menge passiert. Also der alte Dizzy ist schon, na ja, da merkt man halt schon, dass Zeit immer so ein Problem war, ne? Also wir haben ja ab einem gewissen Zeitpunkt, haben wir uns das aufgeteilt mit Paul, sodass Paul halt schneidet und ich nur aufnehme. Das macht schon echt einen großen Unterschied. Wenn man das jetzt mal wirklich so sacken lässt, ist doch in einem Jahr sehr viel passiert. Anderthalb. Also es ist halt, wie ich gerade schon sagte, YouTube auf Steroide. Das wäre schon mit Cheaten. Das wäre schon mit Cheaten.